Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Origins mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich schleiche mich mal hier ran. Ich bin hier in einer Festung. Mann! Das solltest du tun. Ich hab mich verdrückt. Das Mann galt mir. So. Da, den haben wir schon mal. Habe ich hier so schlecht geplündert? Ich hoffe, ich hab alle markiert. Hier ist nix weiter. Hier unten ist nicht so gut. Schnell in die Blumen. Oh, die machen mich verrückt. Ach, nun spring doch einfach. Er bleibt entstehen. Ich hab den Alarm noch nicht kaputt gemacht. Wie kann ruhig da liegen bleiben. So, Freund Okay Voll, okay Huch Da solltest du wieder gar nicht hin Nein Geh doch einfach da durch Steht er da Geht das von hier oben So Das waren vorhin so viele Hatte ich das Gefühl Jetzt sind das gar nicht mehr so viele Die sich alle verkrümelt Aufgelöst Da sind zwei Okay Der hatte noch was fallen lassen Hab ich gesehen Ah, hier sind aber noch genug Ah, das sind Pfeile Das nicht Oh, hier auch noch Mach doch nicht so'n Scheiß Spring einfach runter Hier oben ist aber keiner mehr Na, ich weiß nicht mehr Wer da jetzt was rausfinden wollte Ja Ich sag da nichts mehr zu Ja, das muss sein Anders geht das nicht Da sind noch sehr viele Ich müsste mir Erstmal den einzelnen da vornehmen Oder die einzelnen Ah, der biegt ab Sehr schön Der andere guckt nicht Er kommt hier her Nein Der geht an die Nische So Hier drinnen Die bewachen sich gegenseitig, ne Jetzt geht der natürlich runter Das ist draußen Geht der jetzt hin Vogel, was tust du? Ich hatte einen Plan Ich weiß nicht, wie der mich da oben Unten sehen konnte Der ist dann auch Geschichte Jetzt haben die beiden Die ihn da liegen Sehen Würde ich sagen Der geht woanders hin Ich habe wieder den falschen Trigger gedrückt Oder den falschen Knopf Wo sind denn jetzt noch welche? Da hinten sind noch ganz viele Ach da Ja, fahr mal rüber Hier hinten kriechen noch welche rum Die sollte ich auch noch beruhigen Der geht jetzt da lang Okay Überall diese Brandbomben Er wollte mich noch hauen Hab ich schon mal beobachtet So Hä? Ach da Ach schon wieder Ach schon wieder Na gut Hallo Freund So Da ist auch noch einer Ich glaube der hat was gesehen Ich sollte noch ein bisschen aufräumen Obwohl das eigentlich sinnlos ist Liegt noch genug Müll rum Sollte mal hier hoch Irgendwie Hier sind auch noch ein paar Ich weiß nicht Den habe ich glaube ich noch nicht manipuliert Da ne Machen wir gleich mal Na nun Ah nun bleib nicht schon wieder hängen Wolltest du hier mit dem Kameraden entsorgen? Na gut So Was sagt die Zeit? Gut Die sind alle arm vorsichtshalber Ich weiß es nicht Doch das ist der Den ich gemacht hab Ne? Ja Wo sind denn jetzt? Verstehe ich nicht Ach da Da sind die alle drinnen Kaum zu glauben Dass so eine Eiterbeule von Magi Unsere Männer getötet hat Es heißt er hätte Sefetus Bogenschützen in Sais erledigt Die und mehr Wenn Sefetu ihn in die Hände Ich spreng dich um Zu langsam Ich mach weiter Äh ja Wo denn? Oh da sind ja doch noch ein paar Markier ihn doch endlich Wo willst du hin? Schlapp doch mal hier So Dein schlimmster Alptraum Die hauen ab Da hinten krieg ich noch einer rum Was ist noch? Sieht ja schon interessant aus So ich lass ihn nicht angreifen Das kriegen wir auch so hin glaube ich Obwohl ich immer noch nicht genau weiß Ob wir ihn da wirklich finden Ich werde mal schauen So Die sind aber immer noch da Die Jungs ne? Hey Wer ist da? Hey was? Da ist wieder eine Ich glaube da draußen ist irgendwas Pass auf Uns überrumpelt heute nicht Oh scheiße Beschützt den Er ist tot Hey Es gibt Ärger Ja Ja Meine Weile Meine Weile Wo liegt der Neff? Da Wo hast du dein Zeug? Weile 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 Nee Nein 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 Der ist weg Jetzt kümmere ich mich erstmal um die Rebellen Denk mal jetzt dürfte die Ruhe sein Dass die frei sind Zu gütig Ich danke dir Ich muss hier verschwinden Ich hab den Schlüssel hier Ich hab den Schlüssel Wo hab ich den Schlüssel her? Hast du das Stück Scheiße erledigt? Komm schon Komm schon Komm schnell mit Es könnte immer noch gefährlich sein Ich bin schneller Hapi Beschütze mich Warum gehst du so gebückt? Wo willst du hin? Was macht der denn? Ich sollte vor ihm Hä? Verdammt 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 Ach da geht er jetzt raus Gut Gottes Getreides Wache über mich Gottes Getreides Wir sind draußen Wir sind draußen Hast du uns einen Brücken Junge Wir haben es geschafft Wir sind raus Wo willst du hin? Na gut Ich eskortiere weiter Scheiße Scheiße Steigt Wo kam der her? Danke mein Freund Apollodorus hat sich nicht in dir getäuscht Du machst deinem Abzeichen Ehre Komm und besuche uns Wenn du die Chance dazu hast Möge Hapi dich beschützen Und stets für einen gut gefüllten Bierkrug sorgen So Das haben wir dann auch erledigt Na Gott sei Dank Haben wir denn hier noch irgendwas? Hier ist noch eine Wiedervereinigung Neben Quest Stufe 31 Okay Würde ich sagen Hier hin Da können wir ja schon mal gucken Ja das wissen wir schon Ägypten war das erste Land Das sich die Auszeichnung Zivilisiert verdient hat Oh vielen Dank Die Ilias hatte mehr Einfluss Auf Cleopatars Und dann war Ruhe Ah ich hab's richtig gemacht Gleich beim ersten Mal Wir wollen erstmal hier gucken Äh ich hätte auch da hinreisen können Ich bin so doof Ich bin so doof Na gut Wir brauchen ein Boot Da ist eins Ich seh's schon Hi Ja ich hab mich auch erschrocken Nein Ich mal ein bisschen Oh da will ich nicht rein Da will ich auch nicht rein Da will ich auch nicht rein Da will ich hin Hallo Boot Leck mich Nilpferd Ja das wollte ich bestimmt auch Das ist doch richtig ne Ja Wir müssen hier zwischendurch Und dann Finden wir das da Das ist nur ein Stein Was immer das da ist Wieder Irgend so ein Tiernest Wieder Oh 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 Hier ist wieder Was wo das Boot Dann dran hängen bleibt Was haben wir denn hier Was soll das denn Ich wollte das Hä Ah na endlich Hier ist ein Krokodilennest Würde ich sagen Ich weiß nicht warum das hier leckt Das ist der König Ich habe mich einfach So Was sollstet Nära Und h Rein hier. Ich brauche meine Pfeile. Ich halte das auch hier. Ich glaube, ich habe alles, ne? So. Ist ja nun nicht verfügbar. So, das Krokodilnest haben wir. Was ist denn da? Wonach hältst du Ausschau? Hm? Wonach hältst du Ausschau? Hm? Ich hätte gedacht, dass... Achte auf deinen Adler. Die Römer fangen jedes Tier, das sie finden. Tahira! Was machst du? Auch schön, dich zu sehen, Bayek. Siehst besser aus. Wusstest du, dass ich hier bin? Ich hoffte es. Dein Ruf eilt dir weit voraus. Sogar ich kenne Geschichten von Bayek von Siva. Was machst du hier draußen? Ich will nicht, dass dieses Tal ein römisches Schlachthaus wird. Sie fangen unsere Tiere und schlachten sie in Rom ab für ihre Götter. Hm. Ich kenne die Geschichten. Alleine kann ich nicht viel ausrichten. Ich betete zu Sobek und er schickte mir... ...dich. ...komm. Tahira, warte! Hey! So, geschafft. Zum Gehe folgen. Wieso führte dein Weg dich hierher? Seit wir uns zuletzt sahen, bin ich in eine starke Strömung geraten. Warst du noch mal in Siva? In deiner Rolle als Magi? Nur kurz. Es war keine Heimat mehr. Und du? Wie bist du hier gelandet? Ich ließ mich von dir inspirieren. Ich bin auch eine Best... Wartet mal. Wir haben zwei Punkte. Aha. Mh-mh. Sarin. Von was? Hier draußen ist doch niemand. Von allem Grünen! Hahaha. Was ist das für ein Ort? Ein Schrein für Sobek. Sehr alt. Sehr gefährlich. Klettern. Hier ist es nicht sicher. Ja, das kennen wir doch. Wo ist die jetzt? Oh. Es nervt. Ich hab den Baum anvisiert. Jetzt klettert er hier nicht hoch. Oh. Jetzt klettert er hoch. Das kenn ich doch hier mit den Krokodilen. Alte Ruinen. Alte Götter. Vielleicht. Aber trotzdem haben sie viel Macht. Sch. Sie hin. Bei Amuns Hörnern. Sobeks Kind. Wo ist sie? Da fehlt doch eine. Die Römer. Triff mich beim Römerlager. Wir haben ja alle getötet. Das sagen wir ja aber nicht, ne? Okay. Bei Amun. Sie ist schnell. Ja. Tschüss. Ich komme in der nächsten Folge zu dir. Oh, ist das schön hier. Ich danke mal für's Zuschauen und sag dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik. consumen. Untertitelung des ZDF, 2020